Bist du bereit, deine Haarroutine auf ein neues Level zu bringen? Mit diesem einfachen Wasserglastest findest du deine Haarporosität heraus und weißt so, welche Produkte wirklich deine Haare brauchen, um zu glänzen. Nehme ein paar von deinen Haaren und gebe sie in das Glas Wasser. Und jetzt beobachtest du, wie sich deine Haare im Wasser verhalten. Wenn die Haare sofort zum Boden sinken, dann deutet es auf eine hohe Porosität hin. Hier benötigst du eine intensive Feuchtigkeitsbehandlung und proteinreiche Produkte. Schwimmen die Haare an der Oberfläche des Wassers, dann weist es auf eine niedrige Porosität hin. In diesem Fall benötigen deine Haare leichte und proteinfreie Produkte. Bleiben deine Haare irgendwo dazwischen, also weder oben noch unten? Das bedeutet, dass deine Haare eine mittlere Porosität haben. Hier werden feuchtigkeitsspendende Produkte mit Protein empfohlen. Da meine Haare eher im oberen bis mittleren Bereich schwimmen, habe ich mich für die All Soft Reihe von Redken entschieden und versorge meine Haare mit Protein durch das Extreme Anti-Snap Treatment von Redken. Und was soll ich euch sagen? Ich liebe das Ergebnis. Meine Haare glänzen und fühlen sich super weich an. Also finde auch du heraus, welche Produkte deine Haare wirklich brauchen.